So und damit herzlich willkommen Leute, willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute zwei Themen. Einmal die Störung bei Waschguru ist beseitigt worden. Es gab seit gestern späten Nachmittag oder so in der Drehe, gab es schon die ersten Störungen. Die Seite ging nicht mehr auf, irgendwie gab es da irgendwelche Serverprobleme und dann haben die auch die Zahlungsmöglichkeiten nicht mehr gepasst. Also irgendwas scheint da, da scheint ein Wurm durch die Leitung gekrabbelt zu sein. Ist aber jetzt alles wieder soweit aktiv und funktioniert auch. Deswegen, wer jetzt wieder hier seine Bestellung auslösen möchte, der kann es gern tun. Ich habe auch schon heute Vormittag bestimmt 20 Anfragen bekommen, Sebastian. Ich habe eine weiße Seite, Sebastian hat eine Fehlermeldung, ich kann nicht bezahlen. Leute, mir ging es genauso. Ich wollte mir nämlich den neuen First X holen. Und deswegen habe ich mir gedacht, bestellen wir mal. Und dann merkte ich immer, irgendwas stimmt hier nicht. Ist aber alles wieder behoben soweit, habe auch schon vor uns getestet. Geht auch locker wieder alles flockig von der Hand. Und ich mache das auch gleich meinen Warenkorb fertig, weil ich will natürlich auch neue Produkte für euch bestellen. Auch hier ein bisschen was von Carpro zum Beispiel, First X und so weiter und verschiedene Tücher. Und deswegen kommen wir gleich zur Überleitung hier, ganz einfach und easy. Denn das neue Gewinnspiel startet natürlich auch für den November. Die Gewinner für das Oktober-Gewinnspiel, den Gewinner vom Wasch-Set und vom Polier-Set, findet ihr unter dem Oktober-Gewinnspiel-Video. Habe ich euch schon eingetragen, ausgelost. Die beiden findet ihr hier unter dem Video. Wenn ihr euch da wieder seht, dann auf jeden Fall mir mal eine E-Mail schreiben. Ich habe euch meine E-Mail-Adresse unten drunter gehangen. Da können wir das dann machen. Und da können wir uns abstimmen, ob ihr euch schon ein Set selber bauen wollt oder ob ich euch beraten soll oder was auch immer. Also die beiden Gewinner findet ihr unter dem Oktober-Gewinnspiel-Video. Und jetzt machen wir die nächste Runde. Ich hatte euch bei Instagram und Facebook gefragt, Thema Gewinnpreise. Wollt ihr fertige Produkte? Wollt ihr lieber nur einen Gewinner mit einem relativ hochpreisigen Produkt? Was natürlich auch für mich finanziell möglich ist. Und da war ganz klar die Tendenz, die Masse hat wirklich da für Gutscheine gestimmt. Weil es einfach der Vorteil ist, ihr könnt euch selber raussuchen, was euch gefällt. Was ihr schon immer mal austesten wolltet. Was ihr als Nachschub braucht. Oder was ihr vielleicht auch mal holen wollt, um das zu verschenken. Oder was auch immer. Und das ist einfach so ein Gutschein, das Beste, was man machen kann. Also, es gibt diesen Monat Gutscheine zu gewinnen. Und zwar vier Stück pro Person, nur eine möglich. Das heißt, wenn eure Nummer gezogen wird, seid ihr dann nicht nochmal mit im Lostopf dabei. Damit nicht wirklich der Zufall, dass auf einmal ein oder drei Gutscheine gewinnt. Wir wollen es natürlich auf viele Leute verteilen. Also, vier Gewinngutscheine a 50 Euro. Vier Leute können sozusagen einen gewinnen. Und wir können mitmachen, wie immer, eure Bestellnummer vom November unten in die Kommentarbox rein. Ihr habt wieder den ganzen November Zeit. Jede Bestellnummer hier mit diesem SF- zählt. Und dann postet es unten rein. Wenn ihr da irgendwelche Probleme habt, dass ich YouTube da irgendwie wegen Spam irgendwas sperrte, dann schreibt mir auch bei WhatsApp oder so. Da kann ich das auch manuell einfügen. Aber es hat eigentlich letzten Monat echt problemlos geklappt. Also, macht gern mit. Tragt eure Bestellnummer ein. Ihr habt den ganzen November Zeit. Und ich werde euch Ende November nochmal erinnern, weil da gibt es immer nochmal welche, die dann meinen, oh, ich habe, glaube ich, meine Nummer noch nicht eingetragen. Und damit wir das natürlich nicht irgendwie verpassen, gibt es Ende November auch nochmal einen Hinweis dazu. Und dann könnt ihr auch noch bis zum 1.2. Dezember auch nochmal rückwirkendes eintragen. Wichtig ist halt, vom 1. bis zum letzten Novembertag, da muss die Bestellung getätigt worden sein. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an das Waschguru-Team, die hier neue Produkte an den Start bringt. Und ich werde mich jetzt auch gleich hier ran machen, weil die Seite wieder funktioniert. Und da werde ich mich ja gleich mit dem neuen First X ausstatten und auch mit diversen Carpro-Produkten. Da ist es so viel gekommen und da will ich auf jeden Fall auch für euch viel, viel durchtesten. Und es kommt noch viel, viel mehr. Also, ich muss mir jetzt mal ein bisschen Zeit nehmen, denn das wird eine etwas größere Bestellung. Danke für eure Unterstützung. Viel Spaß beim Gewinnspiel. Website ist wieder online. Viel Spaß beim Einkaufen. Und das Wochenende steht vor der Tür. Und wenn ihr Fragen habt zu den Produkten, einfach bei mir melden. Auch gerne über WhatsApp und dann bin ich jederzeit für euch erreichbar. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Sebastian, ciao.